Corona-Virus Ich bin lustig Es ist gar nicht Corona, es ist Paron Und er spielt auch nicht Puff Er spielt den Wichsma Mit dem langweiligsten Skin Er spielt H-Box-Skin, ich darf nix sagen Gegen die rote Chic Geht's schon los oder San Romus? Wo sind die Punkte hier? So oder so, es sind 0 Euro 0 zu 9 There we go Das sieht besser aus Das sind echt eine Rote Was passiert? Es ist so zwischen den Wetsch-Switch-Market Aber das ist halt wirklich Er trägt einfach an dir so Ja, ja, ich kann mit dem Ja, du bist der Score Also, bei mir kannst du es auch mal machen Aber er findet es, glaube ich, wirklich nicht witzig Das war ja keine Absicht Echt? Das war aus meiner Tasche Genau in jedem Ja, aber ich hab auch keine Ahnung Genau, als dir gesagt Wahrscheinlich, weil ich gerade auf WhatsApp war Das war eine normale Ahnung Keine WhatsApp Was, Ernsthaft? Ja Wie ist das passiert? Ne, mal ohne Scheiß Ich hab da seinen Kontakt gemacht Ich hab auf WhatsApp Mafiosi Ich hab mal ein Mal spiel mit Mafia und Ofis Mafi Ofis Oh, der Counter Der Counter in Thüringen Let's go Armer Riffga wird geforstert, was ist das denn? Ich hab ihn aus dem Konzept gebracht Er hat zu viel gegen Papp gespielt Hast du gesagt, das war nicht mit Absicht gespielt? Ja Ich hab' ich gesagt und denk' ich mach' das bei Was hältst du von mir? Ich denk' immer nur, dass es absicht wird Nein, Mann Das ist ja jetzt Ordnung An sich ist ja schon lustig, aber Er findet sowas ja wirklich lustig Wäre es Absicht für ich, dass ich nicht lustig bin Hast du bestellst ins Grand Final in den Boxen? Das heißt Also er hätte Auf wenn er nicht so telefoniert hat, der hat er gewonnen Hey, wer aus dem Publikum hat mich angerufen Wer mich interessiert? Wer mich angreift? Wer mich angreift? Würdigst du wie viel Arbeit ich gereist... Genau Genau wie immer Grand Final des gewonnen hast Wer mich angreift? Ach so, keine Inschrift Wisst du wie viel Arbeit ich gebe- Genau wie die wie Grand Final des gewonnen hat Boah in die bockte ist Wo war das nochmal, in welchem Start? Wo ist Krabben gegangen? Ich weiß nicht mal, wo meine Kontakte sind. Was wird da hier angeht? Das ist passiert, das weiß ich nicht. Der ist nicht reingespeichert. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt, dass du WhatsApp aufgeräckst. Ich hab außerdem NNN sechs Hänge. Das ist so schlimm. Oh, 1-1. In Stocks. Also 3-3. Chic ist so witzig. Oh, nice. Die Nutflamte Tipper F-Mash. Bei 40% und dann... Es kostet das auch noch den Stock. Das gibt's euch. Oh, 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 der Bock. Oh, no. Alles geht schiefen. Alles geht schiefen. Bei Bidi Wifka. Ganz krass. Ich gebe mal kurz ein Ausrufezeichen. Und dann? M? Ja. Ich glaub, es war falsch geschrieben. Ja. Scheiß Schwertkämpfer. Ähm... Hast du schon eingetragen eigentlich? Nee, oder? Krass. Ah, war der erst. Erst, erst, erst. Das war 2-0. Ja, anscheinend. Ey, 5 Euro. Let's go. Ah, der ist auch noch nicht. Let's go. Der, der Games ist nicht ansonsten. Ist auch egal. Wir müssen ja alle gegen ihn gespielen. Und... Mann, ich... Dass ich nicht nur mehr einen Game gegen Riffe verkriege... Aber er war Last Dog. War knapp, war knapp. Ist ja... Okay, jetzt Grand Finances. Let's go. Weißt du, dass du das ernsthaft da bist? Digga, ich... Du kannst mich davon jetzt nicht mehr überzeugen. Dass du zufällig, genau während des Matches... Genau diese Person angerufen hast. Du wärst dich ent... Also... Ich glaub ich das nicht. Wie gesagt, ich nehm's dir nicht so übel. Weil ich... Die Welt... Also die Welt, wo ich das mit Absicht gemacht hätte... Und die du dir gerade vorstellst. Die ist so witzig. Aber... Aber es tut mir leid. Das war keine Absicht. Mach dir as fuck. Warum soll ich jetzt weg rügen? Gibt's einfach so, das ist doch nicht schlimm. Es ist halt... Mir ist es relativ egal. Dass du dir diese Welt vorstellst, besser gesagt. Du kannst es ruhig zugeben. Nils war ein Slicker. Das hat nicht gereicht. Das wird zur Absicht sein. Und dann gucken wir... Und zu mir ist halt immer noch zu drauf. Nils war ein Slicker. Nils war ein Slicker, das hat nicht gereicht. Let's go. Ja, Rivka lässt sich... Lässt sich verarschen heute. Kennst du diese Grind-Tear-List, die man irgendwie... Nice, nice. Grind-Tear-List? Ja. Danke, Lord Finesse. Die Ausrufezeichen... Moooooooooo. Lord Finesse. Coming through. Ich weiß auch nicht mehr, was draufsteht. Da waren auch so witzige Sachen. Wie Film man Grinden muss oder was? Hä? Nein, Grime! Ach so. Mewtwo King ist ganz offen. Von irgendeiner... Ich wollte Panda noch fragen, woher er kommt. Aber nachdem ich rede, der nicht mehr... Der ist mich und der killt sogar. Ich glaube... Ich habe ihn auch schon mal eliminiert. Ich glaube... der ist aus Berlin so ein alt Einbackener. Ja. Richtig alter. Ich glaube, der hat's ja das Pech immer irgendwie in Kraft spielen zu müssen und dann kommt er so für zwei Jahre nicht zurück. Ja, verständlich. Oh, let's go. Let's go Riff, gell? Let's go Riff, der 60% String. Let's go. Oh, let's go. Let's go Riff. Ja, die VDR, der greift die Lech schon. Oh, überhaupt viel zu früh. Oh no. Ja, du Wecker. Die Becker. Die Becker. Kommt auf die Stage. Mach die Turnaround. Die VDR und das müsste reichen. Wenn er jetzt richtig an die Lech geht, das tut er nicht. Und der und Ari geht doch nicht. Er hat einfach Adolf immer. Hau ihn kaputt, Mann. Ja, und dann kommt... Und bei 134, was auch bei 0% hätte funktionieren können. Der Fail. Let's go Riff. Das ist ein... Ein Punkt für Riffka San. Gegen Ed, Vizepräsident. Krass ist er sogar da geschrieben. Hat Riffka Twitter? Nee. Okay. Finde ich schade. Wäre mir aufgefallen. Ich glaube, er hätte... Nee, egal. Let's go, let's go. Der Down Smash war gut. Oh! Wenn das geplant war, war das... Natürlich war das nicht. Oh! Oh nein, er rollt. Das war tatsächlich auch dreimal gemacht. Von außen einfach reinrollen. Einen Charakter, der beim Rollread bei 0 töten kann. War bestimmt keine Absicht. Doch, bei mir hat er es ja auch gemacht. Und ich stand da so geil. Und er hat trotzdem immer reingebracht. Erst so kurz mal den Short-Up leeren oder so. Und dann... Let's go! Ja, bestimmt auch kein Absicht. Das war bestimmt Absicht. Das war das... Das Mix-Up. Ich glaube... Oh Gott, schon hat sich die alle ausgezahlt. Nein. Ich habe letztens gemerkt, so eine geile Tettmülls Kette vom Sheik. Nein. Kannst du No-Impact-Land mit der Kette machen auf der Plattform, auf Dreamland. Also... Landing und mit dem Sheik mit dem Draußen oder schon wieder eingezogen? Nee, nee, draußen. Ach so. Das bringt natürlich überhaupt nichts, weil du trotzdem ein Leck von der Kette hast. Ja, eben, genau. Der Entleck von der Kette ist ja das. Aber es ist ein AT. Okay. Okay, nice, ne? Oh, die Mach-Kombos. 60%. Wer shieldet der... Oh, oh. Uptilt, forwarded und forwarded. Oh, das war knapp. Habe ich schon. Oh, das war auch knapp. Oh, Rifgan kommt hier, dem Tod. Immer um Frames. Jawoll. Und das hat sich nicht aus der Kette keine Prozent mehr dazu kriegen. Da macht der... Oh. Oh, kein Fallout. Kein Fallout. Kein Fallout über diesen Late-Abwehr. Ja, Rifgan hat gelächelt. Das so mögen wir ihn. Gut drauf, unser Rifgan. Ich meine, das ist ein Salty-Grinzen oder ein... 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 Fuck this shit. Das war kein Melee-Mach-Spaß-Grinzen. Das war ein... Fuck. Oh. Eigentlich wäre er der große Magen, wenn das solche geht. Kann er jetzt... Kann er das... Kann er das... Umdrehen? Warum macht er denn nicht... Oh. Oh my god. Jawoll. Da rollt er genau vor die Füße oder eher gesagt vor die Hände. Und schick klatscht ihn mal auf einmal. Und... Jawoll. 17 Prozent. Einmal sich einmal B drücken. Ich hasse diesen Needle so sehr. Oh, das war knapp. Und... Wird er zurückkommen? Das tut er. Aber... Arthur war vorbereitet. Die was? Die Needle sind underrated, eigentlich. Die was? Die Needle sind richtig krass. Er kann die auch sehr gut benutzen. Er könnte die noch besser benutzen. Aber er ist schon sehr sieb. Oh, nice. Jetzt kommen die Chain-Grabs raus hier. Können wir jetzt am Schicks in die Chat. Oh, schicke Becker, ja. Jawoll. Oh. Oh. Riffga drückt ihm noch eine Wicke rein. Und da hat er ihn. Mit seinem Tournament Stock kämpft er hier um sein Leben. Oh, er kriegt die Downer rein. Oh, einer am Tilt. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, der Sprungerlift. Oh, das war ganz schön knapp. Ja. Arthur bestraft mich diesen Setup. Ja, das wäre es passiert, ja. 70 Prozent auf dem Tournament Stock. Jawoll. Oh nein. Er rollt schon wieder rein. Guck, das war nicht... Das war nicht so schlimm. Ja, da kommt er nicht zurück. Und das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Good crunch and curve on. Woo!